Was für eine Küche! Wunderbar moderne Landhausküche mit Steinarbeitsplatte, höher gebauten Backöfen und beleuchteten Glastürschränken, freischwebende Anrichte, Tisch, zwei Bänke und wir haben ein hochwertiges Orania, Kochfeldabzug DP4 ist inkludiert, wir haben alles, Auszüge komplett, Geschirrspüler ist inkludiert, großer Kühlschrank, der AEG Backofen, AEG Wärmeschublade, Backofen Nummer 2 mit Dampffunktion, Dampfgarer, großer Kühlschrank, Kühlschrank, wie die Richte, unten das Sifria-Fach, LED-beleuchtete, wunderschöne Glasschränke und freischwebende Anrichte, auch natürlich mit Soft-Close komplett ausgestattet. So und wenn ihr also eine super tolle Landhausküche, eine moderne Landhausküche sucht, die dazu noch mit einem unfassbaren Knallerpreis behaftet ist, Vollausstattung aller Geräte, eine 57.000 Euro Nubiaküche, gibt es für 27.000 Euro jetzt im Insolvenzausverkauf, also Leute kommt her, Küchenbörse Lichterfelde, Insolvenzräumung, das ist ein echtes Schnäppchen. So, wir haben ein 70 mit. So, wenn wir jetzt bei den Hüнулen, wir gehen einfach,